Musik Mein Name ist Thomas Barlage, ich bin Mitarbeiter der Wurststahlbau GmbH und leite gemeinschaftlich mit meinem Kollegen Jan Woithun die Photovoltaikabteile. Die Wurststahlbau GmbH ist ein Unternehmen, was mehr als 50 Jahre am Markt existiert. Angefangen von der kleinen Schmiede über landwirtschaftliche Schlosserarbeiten und kleinen Hallenbau gehören wir mittlerweile zu den fünf größten Stahlbauern hier in Deutschland. Die Wurststahlbau GmbH beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Industrie- und Gewerbebau und schweren Stahlbau. Mittlerweile seit zehn Jahren haben wir eine Abteilung des Schlüsselfertigbaus. Der Schlüsselfertigbau beschäftigt sich mit der Thematik Gewerbebau, Industriebau genauso wie wir von der Stahlbau, jedoch als Schlüsselfertige Abteilung inklusive Büroeinbauten, Kopfbauten und gemeinschaftlich mit uns als Photovoltaikabteilung auch mit der Umsetzung von Auftragsanlagen, sodass unsere Kunden ein Komplettpaket bekommen können und uns nur das Grundstück zur Verfügung stellen müssen. Mein Name ist Jan Woithun, ich bin Mitarbeiter der Firma Wurststahlbau GmbH und leite die Abteilung Photovoltaik. Wir stehen hier unserem Standort in Bersenbrück, wo wir unser erstes eigenes Solarkarport installiert haben. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber die Besonderheiten sind einfach, dass wir eine Konstruktion gewählt haben, wo die Fundamente ohne Beton auskommen und vollständig rückbaubar sind. Wir haben ein regendichtes Dach mit semi-transparenten Glas-Glas-Modulen. Wir produzieren hier ca. 100.000 Kilowattstunden Strom, mit denen wir zukünftig unsere E-Autos laden wollen und den Rest der Energie verbrauchen wir direkt bei uns im Gebäude. Mein Name ist Tanja Felker und ich arbeite ebenfalls in der PV-Abteilung der Wurststahlbau. Die Zielgruppe, die wir mit unseren PV-Carports erreichen möchten, sind Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen und ihre vorhandenen Parkplätze einfach doppelt nutzen möchten, indem sie mit den PV-Carports eigene Energie gewinnen können. Die regendichten Carports können wir entweder als Carports oder auch als Gesamtüberdachung eines Parkplatzes bauen. Der Vorteil ist ebenfalls, dass der Strom direkt genutzt werden kann in dem Unternehmen beziehungsweise es können auch zusätzlich Wallboxen mit angebaut werden, sodass auch eigene E-Autos geladen werden können.